Damaso Beranger Y. Fuste, Graf Degsaun, 19. Mai 1953 in Madrid, war ein spanischer Generalleutnant, Politiker und Ministerpräsident Spaniens. Biografie, Militärische Laufbahn und Erster Weltkrieg Nach der Schulausbildung trat Damaso Beranger 1889 in die Armee ein und absolvierte eine Ausbildung zum Offizier der Kavallerie an der Militärakademie. Die er 1892 mit der Beförderung zum Unterleutnant beendete, zwischen 1895 und 1898 nahm er als Offizier am kubanischen Unabhängigkeitskrieg teil. Im Laufe seiner militärischen Laufbahn wurde er 1909 nach der Teilnahme am Riefkrieg zum Brigadegeneral befördert. Zwischen 1909 und 1915 befand er sich in Marokko, wo er 1911 in Melilla die erste marokkanischen Armee-Einheiten schuf, die sogenannten Regularis. Als General wurde er zu einem der einflussreichsten Generale innerhalb der Militärführung. Nach seiner Rückkehr nach Spanien wurde er 1916 zunächst Militärgouverneur der Provinz Malanga. Nach Kriegszeit und Diktatur Primo de Riveras, als nach dem Ersten Weltkrieg die Armee ihre Beteiligung an der politischen Macht beanspruchen wollte, wurde er am 9. November 1918 zum Kriegsminister in das Kabinett von Manuel Garcia Preto berufen. Dieses Amt hatte er auch in der nachfolgenden Regierung von Alvaro Figueroa Torres seit dem 5. Dezember 1918 inne, bis er im Januar 1919 zum Hochkommissar von Spanisch-Marokko ernannt wurde. Am 3. Januar 1921 wurde er durch königliches Dekret zum Senator auf Lebenszeit ernannt. Zunächst gelang ihm die Zurückeroberung der zuvor durch ABDL Krim nach der Schlacht von Ennuel besetzten Gebiete. Am 12. August 1921 schickte Fuste in seiner Eigenschaft als Hochkommissar an den Kriegsminister folgendes Telegramm. Das Amt des Hochkommissars übte er bis zum 13. Juli 1922 aus. Wegen seiner Beteiligung und Mitverantwortung für die Niederlage der spanischen Armee gegen die Riefkabülen während des Riefkrieges wurde er vom obersten Militärgericht für schuldig befunden. Allerdings nach dem Beginn der Militärdiktatur von General Miguel Primo de Rivera begnadigt und von diesem 1924 im Range eines Generalleutnants zum Leiter des königlichen Militärhaushaltes ernannt. Am 27. März 1925 wurde er zum Generalkapitän von Galizien ernannt und behielt dieses Amt bis zum 31. August 1926. Für seine militärischen und politischen Verdienste wurde er am 4. Mai 1929 von König Alfons XIII. zum Graf Degsaun in den Adelsstand erhoben. Auch nachdem 1925 die Genfer Konvention den Einsatz von Giftgasen und biologischen Kampfstoffen verbot, setzten die Spanier im Riefkrieg große Mengen Senfgas ein. Sie nahmen dabei sogar in Kauf, dass das Gas auch kriegsgefangene Spanier traf, auch deshalb wurde dessen Einsatz später geheim gehalten. Ministerpräsident nach dem Rücktritt von Diktator Primo de Rivera am 30. Januar 1930 wurde er von König Alfons XIII. zu dessen Nachfolger als Ministerpräsident Spaniens ernannt. Zugleich übernahm er das Amt des Armeeministers. Seine Regierung ging nach der Diktatur Primo de Riveras in die spanische Geschichte als weiche Diktatur ein. Die Hoffnung des Monarchen, dass Berengar in der Lage sei, Die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen und die wirtschaftlichen Probleme zu lösen, erfüllte sich jedoch nicht. Zum anderen machten die meisten politischen Parteien den König für die Diktatur Primo de Riveras verantwortlich und forderten die Abdankung Alfons XIII. Berengar versuchte erfolglos in diesem Konflikt zwischen dem Monarchen und den Parteien zu vermitteln. Dies führte letztlich dazu, dass das anfängliche Vertrauen der republikanischen und monarchistischen Gruppen in ihn zurückging. Der Versuch einer Reform der Gesetzgebung sowie die Wiedereinsetzung der Abgeordneten, Stadträte und Universitätsprofessoren wurde danach wieder aufgegeben. Zur Beruhigung der politischen Parteien kündigte Berengar neben der Befriedung des Landes auch allgemeine Wahlen an, die von den traditionellen Parteien jedoch wegen der Erfahrungen während der vorherigen Diktatur abgelehnt wurden. Die wieder zugelassene Arbeiterbewegung rief darüber hinaus zu Protesten auf. Am 17. August 1930 kam es zur Unterzeichnung des bekannten Paktes von San Sebastian, in dem die republikanischen Parteien sich unter Neistu Alcalá Zamora und Miguel Maura Gamazo einem Sohn Antonio Maura Montanas vereinigten, um die Abdankung des Königs zu erreichen. Am 14. Dezember 1930 kam es zur militärischen Revolte in der Garnisoniaca, in der die Abschaffung der Monarchie und die Ausrufung der Republik gefordert wurde. Die Erschießung der beiden Anführer der Revolte, der Hauptmänner Famín Galán Rodríguez und Angel Garcia Hernandez, führte zu einer weiteren Ablehnung der Regierung von Berengar. Kurz zuvor wurde ein Pistolenattentat auf Berengar verübt. Diese Ereignisse und Proteste gegen seine Regierung führten letztlich am 14. Februar 1931 zu seinem Rücktritt. Zweite Republik und Veröffentlichungen Im Kabinett seines Nachfolgers Admiral Juan Bautista Aschner Cabanas der letzten Regierung unter der Herrschaft Alfons XIII., behielt er jedoch das Amt des Armeeministers bis zum 14. April 1931. Als nach dem Sieg der republikanischen Parteien bei den Kommunalwahlen vom 12. April 1931 König Alfons ohne formelle Abdankung ins Exil nach Paris ging, erfolgte die Ausrufung der Zweiten Republik. Obwohl Berengar der Neuen Republik seine Treu und Gefolgschaft versicherte, wurde er mit anderen monarchistischen Offizieren wegen der Erschießung der Aufständischen von Jakka verhaftet und angeklagt. 1935 erfolgte jedoch sein Freispruch von der strafrechtlichen Verantwortung für die Erschießungen durch das oberste Gericht. Über seine politischen und militärischen Erlebnisse veröffentlichte er die Bücher Campanas on L.R.I.F.Y.B.L.E. 1921 bis 1922 Notas Y.Documentos de Mediario de Operationes 1923 De la Dictadura a la Repubblica Plus Ultra Madrid 1946 Quadratios Die Se hex minutJulین Die Schatzkate Vers enorm Die Müll die Alys Die Ü İngnguing Die 되는 Die Slecks haben Sie